Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge, ich war's nicht, ich war's nicht, zu einer neuen Folge von Battlefield 3 Multiplayer Modus, Neo freut sich schon auf Nasha Kanäle Team Deadmatch. Wir sind auf unserem eigenen Server, GTS German Tactical Soldiers Server und ein paar von uns sind auch dabei. Im TS heute Neonatore, Panos und Pontan, man weiß nicht ob er drin ist oder ob er draußen ist, Blue Vault. Hallo. Moin Moin Leute. Warte, ich muss erstmal wieder alle hier zu uns switchen. Wollte dich gerade fragen, MK5 Power oder nicht? Ja natürlich, MK5 Power, nicht MK5. So, Panos und Delta, ihr habt unterschiedlich, also wir habt die gleichen, also ihr habt beide Niederhaltung. Specialisierung. Ich habe Schutz drinnen. Specialisierung. Ja, Panos auch. Achso, okay. So, cool, ich sterbe gleich mal. Nee, du stirbst nicht. Yeah! Nee, du hast einen Medi-Pack. Negativ. Okay, hier liegt ein Swat. Ich bin Sanitäter. Brauchst du eben dran. Ihr hasst es, wie man sich hier blockieren kann? Ja, das geht ziemlich schnell. Da fängt man damit hin. Einfach draufhauen mit der M5K und alles wegnetzen. Ganz aber auch nur mit der Waff auf der M5K. Oh, scheiße, habe ich an dem geschlossen. Oh, wie viele Leute, sicher. Ja, viele? Ja. Oh, nein. Oh, Mann. Oh, man. Ja, ich bin mal erlaubt. Aber. Ich meine, sie sind null. Das Problem ist, zu viele Leute sind. Oh, ja, ich wurde wiederbelebt. Aber hier ist voll. Ja, ich meine. Wozu hat man denn ein Blue Vault in Senti? Das war so. Oh, phänomenal. Wir werden alle Kills geknottet, ey. Nee, genauso. Oh, das war jetzt hier. Krass. Ich habe mir nichts mehr gemacht. Ich weiß nicht. So, 27 Schuss. Das heißt, dass du gut triffst. Die Kills wahrscheinlich, wenn du kastst. Ja. 5-0, wenn es geht. man kann Leute durch den Rauchspotten immer wieder Phänomenal Uhr direkt geht ab das ist ein 06 bei 16 6 6 zu sehen ich habe für uns und schon ganz schöner Oko hier ist ein Versorger wer ist es ist es auch nicht bewerfen Klaufe Versorgung auch nicht viele da sind viele Achtung Hilfe bei Köln, Dankeschön Ja, dankbar Du hast einen Neowen, hier kommen die anderen Te-Mates Yeah, danke Oh, ihr habt ne Kann mich einer wiederbeleben oder so? Ja, alles unterwegs Oh, Scheiße, muss Muni besorgen Oh, Leute, keine gute Idee, da zu mir zu gehen Oh, ich lasse jetzt ein Moni-Pack, wenn ich ne neue Waffe aufgehoben habe Oh, nicht, mein Score nicht, das kränkt mich Weiß kann ich mir sagen 11-0 Wiederbelebt, 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 die Leiche bin ich Oh, Mann Aber dafür haben wir jetzt wieder volle Moni So, ich sag mal, jetzt machen wir ein bisschen Users Was? Oh, ne, hör auf Ey, weißt du, Matthias, der 2 Munition, aber leidenschaftlich, tu das nicht Ne Alles wieder, dem was geht Weiter Neue, rasierkraftigen Voll-DM4, wo ich aufgehoben habe Oh, ich bin mir ein vierkern guter Schützer Oh, Mann, ich, und wird getroffen, da liegt einer am Boden Nein, ich kann mich jemandem wiederholen Wiederbelebt, Leute, wiederbelebt Genau, fucking good, das Teamplay heute wieder Er wollte wieder die P90 Er wollte mir wieder auf die Kills gezogen Ich brauche Ammo, Junge Oh, ich sehe was auf dem Map Na, fuck, Junge Nein, da sind alle Gegner Panos, hol mich Oh, okay, ich muss für die Splint und heruntergehen Ich freue mich zu holen Oh, hier sind drei Stück, älter Oh, fuck die Henne Fuck die Henne Komm, ich sehe, ja Aua, aua, aua Oh, okay, ja, ich muss hier die Splint und heruntergehen Mal weggeben Die hinwerde ich messern Okay, nächstes Mal Oder auch nicht, komm, wir wollen nicht mehr so Oder auch nicht Alter, Matthias, wozu hast du Munition dabei? Um sie nicht herzugeben, genau Meine Moni Ich hab sie schon, ich hab, ich hab welche Den hätte ich schon messern können, aber Komm, warte Unterwegs Schönen Dankeschön, Dankeschön Leute, jetzt noch mal probieren, zu null zu spielen Ich wurde gerade gemessert Warte, ich hab den Zack Erstmal Kehle durchschneiden Erstmal fünfmal draufdrücken, bis ich ihn reinhabe Ja, ich hab's gesehen Ja, du hast es dir selber schwer getan mit dem Reanimieren, Nio Höhnen Woll scheiße, man brauchst selber, oh, ich sterb jetzt, ich sterbe jetzt O, scheiße Hinter der Junge O, wow, der fuck a Wenn ihr euch da, ihr euch da, ihr euch da, ich mal mal, man schaut, der ist einfach mal der, der rumrenne, schießt, erst mal verlernt, zweiter Waffen leer, du hast keine Waffen mehr, du musst nachladen und dann kommt auch noch einer da du tötest den und dann musste wieder rennen und da kommt einer vom Kanal nicht hier und dann tötest du den auch noch und der Worte geklaut und da muss wieder rennt Alter bis zu viel für die die weniger drohen neunerguss auch mehr ich brauche bald wieder amort ich kriege überall Hilfe bei Kindern Hilfe bei Kille 90 ich bekomme immer Gegner eliminiert sieben die sie sich nicht mehr als gleich wie er jetzt ist so ein und reißig bei der Karte nahm nach unten an der Seite oder hinten sterben ja alle drei er sich ein Blu-Wolt das geht war ich habe immer noch hintermaterial da begann wer da wollte ich einen Messer war er hat aber gedacht aber der Lassau und Hau ab und ein Blumen nach dem ich wieder normal aufhören ich wechsle lieber hier weg das ist ein sehr wichtiger Markt von uns ist mit 20 Uhr das passt ich sage mk3a1 hier ab du hast ein Schuss mehr und wenn du dich zielen kann ich jetzt wiederbeleben ja hätte ich Munition und aber ich muss ja weglaufen ich keine Munition mehr hat junger da wurde wiederbelebt alles klar ja kannst du mir jetzt Munition nehmen da kommen die Tüte mal so das ist Pest 12 mein dir das ist auch ziemlich gut ist klar der haut dem erstmal eine voll mit der Schrot sehr viele Gegner da wo Neonathore jetzt ist extrem viel man sieht einfach nur rot auf der Map und ab dahin Scheiße ich bin wieder tot jetzt bist du ja wieder am Leben nein schon wieder tot Knecht nur wieder holen Knecht nur wieder holen ja ich bin doch schon unterwegs ey dankeschön ja das hab ich von dir gelernt und ich hab's von Simo Schwarz und er hat Alter Hälfte durchführen Oh nein ich lieg hier klick hier EP 2000 hat mich eliminiert danke fürs wir haben uns wiederum muss wieder mehr durchlaufen die mann äh negativ oh herr liegen die peck um die peck nehmen sehr viele gegner oben mhm sagt man nur hilf bei kills bekomme ich wow 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 oben ey m16 a3 ne abdicht neo ja geil wow fuck jungen fick dich fick dich nein ich will nicht sterben oh mein gott ich kann immer noch mein score nicht sehen warte äh 27 5 wow 11% lieben okay mach's mal kurz zu ich versteck mich hier hat jemand moneypack für neo Leben holen und so ne ne also ich hab also wunder mich mal Leben meinte ich für neo wow da liegt einer unterm zug ey oder was das auch sein soll container nein ich container hat's recht ey 218 zu 58 das ist derbe was zu was 200 18 zu what the fuck ey die snipern ist klar 200 200 sonst noch wat zu 58 jetzt zu 60 lol den hat ich den hängen gegeben bei dein bitch nein kann mir irgendeine holen kann das sein vielleicht ne ok also mit schrotflinte wird es nix nicht nicht mich nicht mich auf ok noch ne runde schrotzende nein ich bin jetzt weg aber es klappt dem bin ich zu ganz delta du hast 37 äh er hat 37 äh 34 7 ja und ich bin grad scheiße kann mich wiederholen aber weißt du wer noch ab noch mehr abgeht ah ne ich seh dich ja gar nicht mehr wie viel hat denn blue ich glaub der spielt noch zu 0 oder so oder ja er hat sich nicht nur ich bin gleich wieder getötet worden ich bin gleich wieder getötet worden kannst du mich wiederholen nein das hätt ich nicht sagen dürfen bis jetzt tot ja schade schade weil ich auf die score tabelle geguckt hab bin musste ich jetzt leid ja schön jetzt wurde ich gemessen aber ich bin ja gar nichts mehr ich hole ich bist du dort ja Panos war das ah dankeschön ich werde dazu ausgetickt wenn ich wieder gestorben wäre so schnell hintereinander boah oh mein Gott oh mein Gott oh mein Gott oh mein Gott ich hab alles leer Mann Ränder in Arbeit ich weiß gar nicht oh Leute kriegt mich auch nix an einer anderen Seite der Meck ich hole dich alter hab dich meine Bar hat es geschafft hinter uns zwei Stück ich muss erst mal hier alles nach war noch Partie oh mein Gott da startet die Party da startet die Party hab ihn über uns so in etwa in der Mitte da ist noch einer da ist noch einer schau mir der Kirche hilft hast du ihn? natürlich hab ich den er dachte er könnte meinen Kumpel ja töten mit 2% Leben ey glaub du spinnst Junge erst mal Headshot mit der Rex aus gerade mal 2cm Distanz Alter boah fuck ey M16 A3 von hinten er läuft noch da hinten und na die hole ich jetzt du Penner ja den vielleicht im Degart ich teabag mal so aus Spaß ne ah ok interesse wer hat ihn boah Alex was machst du da ich bist genau vor ihn sorry what the fuck ey dieser Batwolf ne mit seinem M16 A3 oh da geht Party ab da kommt die Party da geht grad ich dich die Party ab hier und wow und GTS was war das für ne Runde ey ich sag nur GTS also ja das ist wirklich die S oh ja ah geile Scheiße wie viele Kills war das 200 oh Medaille PDW Medaille und du würdest befördert Kernel 99 nur noch ein Service dafür für Kernel 100 dann hab ich's geschafft dann hörst du auf ne 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 es geht noch lange aber best macht blubbert ne Also ganz ehrlich, wenn BF4 so flüssig gehen würde wie BF3, vom Spielverhältnis her. Dann würde ich BF3 wegschmeißen. Ja, ich auch. Aber alleine für das schnelle Spielerlebnis. Ich meine, 15-5 in ein paar Minuten. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Und ja, grüßt mal schnell, dann machen wir aus. Bye, bye, bye.